Trainer Patrizio Morini, 1 zu 1 gespielt, trotzdem abgestiegen. Wie bitter ist das? Für mich ist es ein normales Spiel, 1 zu 1. Resultate gerechnet, wir haben nicht verloren. Wir sind abgestiegen mit einem Unentschied, 36 Punkte gemacht. Schaden wir noch, ob wir abgestiegen sind oder nicht, weil ich glaube, ich weiß noch nicht, was der Verein machen will. Aber momentan sind wir abgestiegen. Im Sommer werden wir schaden. Was hat denn am Ende gefehlt, dass man so ein Spiel nicht gewinnt? Wir haben gegen Belluno gespielt und ich will keinen Namen machen. Wir haben gegen eine gute Mannschaft, gegen eine Hauptstadt einer Provinz, gegen eine Mannschaft, die gestartet ist, um die Playoffs zu machen. Leider, wir wussten, dass wir die Playouts spielen, die Playouts war unser Ziel, für sie nicht. Sie sind eine gute Mannschaft, wir sind eine gute Mannschaft. Wir haben verloren, wir konnten gewinnen. Schade, wir sind gestartet mit 1 zu 0 hinten, das ist natürlich blöd. Wir sind nach Belluno gekommen, um zu gewinnen und wenn noch 2 Minuten 1 zu 0 hinten steht, ist nicht leicht. Aber wir sind eine Mannschaft mit einem riesigen Charakter und mit einer guten Qualität. Deswegen haben wir gleich mitgespielt mit den Gegnern. Das Resultat ist richtig, aber leider 1 zu 1 ist zu wenig. Danke.